So, willkommen zurück bei I have no mouth and I must scream. Ich habe jetzt nochmal geladen, da das keine gute Idee war, den Doktor zu töten. Deswegen versuche ich jetzt mal das ohne, damit ich mich erstmal frei bewegen kann und... Hallo? Achso. Schauen wir doch mal... Continue your research. The extinction of the lost tribe is near at hand. The regime shall vanquish all of its enemies. Okay. Erstmal raus hier. Mal schauen. Weil hier ist ja auch noch eine Tür. Und ähm... Ja, bevor ich nochmal Blitzen mache und in die Mannen umbringe, will ich erstmal her... I cannot open it. The door must be locked. Oh, war der vorhin auch schon hier? Was? Was ist das? Kannst du nur da rum hängen geblieben sein, Drottel? How could you so foolishly be caught into wires? I was trying to escape, but I was so weak. I fell and got caught. Why do you risk escaping in such poor physical condition? That timing was hardly of my own choosing. Ich lernte, dass ich in der nächsten Batsche von Volontieren bin. Für was? Weil du dir das Privileg gegeben hast, um Volontieren zu sein? Experimentation, sie sagen. Extinction is more like it. Surely you of all people know the regime's plan for the lost tribe. I will summon one of the doctors. No, I'm better off here than under the knives of you butchers. I will call the guard. Why? So the guard can taunt me as I die a slow death? Yes. There is nothing I can do for you. You can at least help me end my misery. That would give you the pleasure of seeing another one of us die, you cold hearted bastard. Okay. Okay, ich versuch mal was. Ich speicher jetzt nochmal. Und versuch mal, äh, so jetzt quasi mal das Kampagne mit ihm anzuwenden. Einfach, also nicht, weil ich ihn jetzt umbringen will, sondern weil ich ihn vielleicht ja lösen will von den Qualen, denn alles ist besser als das. Ich weiß nicht, was zu tun mit ihm zu tun. Okay. Können wir nochmal hier mit dem reden? Oder war's das jetzt? So, I've talked to you. Ich hoffe, du bist glücklich mit dem Regime, den du setzten hast. Deine Zions haben die Welt geschaut. Insofern haben sie ihn gesammelt. Was ist denn so wichtig in den Jahren passiert? Was ist die Importance of the year 1945? Es scheint, dass es ein Sinn hat. Was war's denn? Ich Else. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich werde euch alle retten. Was empfängt von diesen... Ah, M... Gibt es noch irgendetwas zu entdecken? Also hier geht es ins Hospital... Hier kann ich nicht rein... Oder kann ich vielleicht... Komm, ich knack jetzt die Tür... Das ist nicht gut! Der Lark ist zu stark! Okay, weißt du was? Skalpell... Mit dem... Na, was wohl? Kaum habe ich einen Skalpell gefunden, möchte ich alle umbringen... Weird... Hm... Was nun? Ich häng mich ja so ein bisschen... Ach, warte mal... Vorhang... Oh Gott... Wird ich das sehen? Ah ne, Quatsch... Das war ja genau... Das war ja hier... Continue your research! The extinction of the lost tribe is near at hand! The regime shall vanquish all of its enemies! Vielleicht führt aber tatsächlich gar kein Weg vorbei, den Anästhesisten umzubringen... Hm... Oh ho 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 ho... Okay, bevor ich das andere mache... Ich kann nicht diese Prozedur ausführen... Ich kann sehen, dass du nicht gut schaust, Doktor! Wenn notwendig, kann Dr. Mengel übernehmen... Okay, speichern... Und jetzt, ähm... Ja, ich mache jetzt mal die Operation und schaue mal, ob ich da irgendwas bewegen kann... Ich werde die Prozedur momentan beginnen... Es wird ein Ehre sein, mit dir zu arbeiten, Doktor Nindok... Okay... Okay... Ähm... Da kann ich den vielleicht einfach schlafen... Ich will den schlafen nehmen... Den Typen... Ich brauche aber... Stofffetzen... Oder... Irgendetwas... Der Gleichiges... Der Gleichiges, genau... Der Gleichiges... So... Kann ich das jetzt nehmen? Ich operiere ja... Ohnehin gleich... Entschuldigung, Doktor... Der Äther ist notwendig für die Operation... Ich bin der Boss, ja... Du bist nix... Nix bist du... So... So... Boah... Boah... Okay, kann ich jetzt vielleicht so tun? Okay, kann ich jetzt vielleicht so tun? Also ich will den jetzt nicht auf wehe, der macht dir jetzt irgendwas weh... Der macht dir jetzt irgendwas weh... Der macht dir jetzt irgendwas weh... Was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich jetzt gemacht? Er ist nicht conscious... Er ist dann? Was? Nein... Ach so, der hat jetzt wirklich versucht, ihn, äh... Glaub ich, äh... Ja... Zu heilen... Es ist dann... Aber dieses Kind wird nie wieder gehen... Ein Subjekt sah nicht wie der Athletische Typ. Er wird wahrscheinlich nicht missen, den Verwendung seiner Beine. Du hast es gut gemacht, Doktor. Du bist wirklich ein Butcher. Ich will hier rein. Ich will wirklich... Da ist ein Passage hier. Ja, dann... Geh da doch hin in die Passage. Geh da rein. Geh da rein. Geh da rein. Ähm... Ich mach jetzt alles. Okay. Perfekt. Du... Sven... Du... Du! 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 Ich rieche verbrannte Flasche, aber das ist natürlich nicht eine Kuchen. Was? Oh Gott, er ist so doof. Ich rieche Fleisch, aber das ist auch keine Küche hier. Ja, hm. Kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Oh Gott. So, look at the watch. A gold watch. I am surprised its owner was able to keep it long enough to reach this place. Können wir die nehmen? Jawohl, was ist das hier? Ähm, eine Zange. Ja, du findest doch einfach. Ah, okay. Gut, wir haben eine Zange, eine Uhr, haben wir schon mal einiges gefunden. Look at the records. According to these records, hundreds of corpses were incinerated here. Ja. Hm, er wundert mich irgendwie überhaupt nicht. So, was haben wir hier? Oh Gott. Hm? Kann man die aufmachen? Öffnen, öffnen, öffnen. Push. Push. Push? These ovens are more monstrous than anything I am has ever constructed. Okay, er will's nicht öffnen. Oder? Push? Push? Oh, ne. These ovens are more monstrous than anything I am has ever constructed. Ach, wir kommen hierher. Ich dachte, wir kämen hier aus der Tür. Können wir die öffnen? Öffnen, öffnen, öffnen. Ah, okay. Wir sind jetzt so ne schöne, nette Runde gelaufen. Ich quatsch nochmal mit dem Typ. So, okay, wir können hierher kommen. Never forgets the year 1945, Nindok. That was when the truth started. I seem to recall that you speak Latin. What is engraved on this watch? The engraving says, time is truth. And since your time is running out, I keep the watch. Okay. Also Zeit ist Wahrheit. Und solange die Zeit ausläuft. Äh, was war der Rest? Ich hab das Ende vergessen. So, das hatten wir schon. Hat er die jetzt genommen, die Uhr? Hat er die uns nicht wiedergegeben? Hallo? Ey, Junge. Junge, Junge. Huh. So, continue playing. Ich rede nochmal mit dem Hänger. Okay, there's nothing up there. There is nothing I can do for you. You can at least help me and my misery. That would give you the pleasure of seeing another one of us die, you cold hearted bastard. Da kann ich gleich diesen Zaun hier durchschneiden. Ich würde den so gern einfach look at the gate. Okay, das ist jetzt. Es wird nicht klappen. Aber egal. You get only one warning doctor. Dr. Mengele's orders cannot be disobeyed. Go to surgery at once. Okay, okay. Was nun? Okay, ich geh nochmal hier in den Hospital. Oh, der Doktor ist weg. Kann ich ihm jetzt helfen? Ich will dir helfen. Okay, okay. Oh, der Doktor ist weg. Kann ich ihm jetzt helfen? Ich will dir helfen. Oh, der Doktor ist weg. Oh Gott. Die haben ihm seine Augen entfernt. Ganz toll. Was hast du getan, um die Erleitung von deinen Augen zu entfernen? Bitte. Disconnect die Weihers. Mach ich. Mach ich. Ich helfe dir. Wo sind die Kabel? Wo sind die? Ich meine nicht mit der Patience, mit der Gerard. Nein, komm. Ich will die Weihers. Ich will die Weihers. Ich will die Weihers. Ach. Warte mal. Jetzt. Komm mal. Ja. Ja. Kann ich das einfach so nehmen, das ETA? Okay. Jetzt müsste der doch eigentlich... Warte, ich nehme jetzt auch noch die Flasche. Nein, nein. Die Weihers. Sie verhören uns. Okay, okay. Halt durch, halt durch. Mach so schnell wie ich kann. Es ist nur manchmal nicht einfach hier. Die Mauszeiger richtig zu positionieren. Okay, ja, Mann. Ja. 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 Ich weiß. Ich weiß. Jar. Patient. Wie sind die Kabel? Patient. 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 Kann ich denn die Kabel... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es regt mich jetzt gerade auf, sodass ich das hier nicht finde. So. Also. Hier... Das ist auch das Kabel. Ich versuch's nochmal... Hier. Ja. Ich weiß nicht. Oder sind die vielleicht dahin? Nein, Quatsch, kann ja gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Vor allem Eda, wie ätzend. Also, im wahrsten Sinne des Wortes ätzend. Ach man, komm, ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Oh. Und ich versuch's mal hier damit. Also, die Steuerung ist ja echt für'n Eimer. I do not know. I do not know what to do with this. Ah ja. Ist hier hinten irgendwas. Das Baby. Baby. Oh, das ist echt hart. Was weißt du von mir? Was weißt du von mir? Ja, sagst du etwa damit, dass die Doktoren hier die Kinder für Experimente benutzen? Are you saying that the doctors here have been using children for experimentation? No, not all the doctors. We will not rest until your regime is destroyed. We will not rest until your regime is destroyed. No, 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 no. Okay, ich versuch jetzt mal was. Okay, ich versuch jetzt mal was. Ich hoffe nur, ich werde dabei niemanden verletzen. Und zwar, ich versuch jetzt mal was. Und zwar... Ich versuch jetzt mal was zu tun. Und zwar... Ich versuch jetzt mal was zu tun. Ich versuch jetzt mal was mitgestellt. Jetzt fehlt dir zwar die Hälfte, aber vielleicht kann ich jetzt hier etwas genauer lang gehen. Und ich finde... Ich finde aber keine... Ja, Kabel oder wie auch immer. So, das mit wurde. So, hier. Hier war doch... Nee. Eigentlich stimmt. Ich hebe mich da jetzt gerade voll drauf auf. Okay, das funktioniert nicht. Okay, ich würde sagen, bevor ich hier noch weiter rum irre, mache ich jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns später hoffentlich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.